Junge, Junge, Junge. Boah ey. Das ist schon, äh... Das Ballert. Ohne prächtige Truhe. Dankeschön! Ey, was wollt ihr denn hier? Das ist mein Blut. Verfisst euch. Oh, ähm. Es war nur ne prächtige Truhe, Freunde. Beruhigt euch. Tschüss. Junge, Junge, Junge. Die haben Probleme. Ja, die ist meine Truhe gewesen, mein Soldat. Warum einfach mal ein Grundstück nicht? Ich brauch nur mehr Zeit. Eww. Anu? Soll ich... Soll ich nicht auf dem Hebel oder irgendwas sein? Ach ne, ich glaub dann ist hier nichts, ne? Das gibt ja glaub ich drei Höhen. Toll. Super. Besten Königin. Äh. Äh, wo müssen wir irgendwas hier runter, ne? Hä? Hier geht's doch noch weiter. Hallo! Oh. Oh. Das wird's doch nicht reichen bis zum nächsten Sanchen, aber wir nehmen's gut. Ja, müssen wir nochmal zurücklaufen. Wie gesagt, das war halt... In der Höhle gab's halt jetzt leider nichts. Aber da steckst du halt nicht drin, verstehst du? Arbeitest du bei Mediashop? Ne. Warum? Ich find zwar Mediashop ganz lustig und ich guck mir den immer ganz gerne an, aber ne, arbeite ich nicht. Halt! Wir müssen erst diese Maschinen aktivieren. Hä? Das Portal eins von zwei tatsächlich? Aber hä, da war doch überhaupt gar nichts gerade. Oder bin ich wieder doof? Ach, lol. Ach komm, nee, ey. Ach, Mann. Ach, das ist doch scheiße. Ah. Ja, ja. Damals war mein Sonnenlicht noch besser, ne? Meine Augen nicht, nicht mein Sonnenlicht. Siehste, ich sag schon Dinge, die überhaupt nicht... Das ist, äh, ja. Äh. Ich dachte, es gibt drei von den Dingern. Alter Vater, du, ne? Ach, bei mir im Frühjahr hätt's das nicht gegeben. Bei mir ist das nicht gegeben. Ich sag dir das. Moin! Schön, wenn wir uns jetzt alle mal beruhigen. Ja? Alle mal ein bisschen runterkommen, Freunde. So. Ich hab meine Erfahrungspunkte bekommen. Und alles... Nicht wahr? Ihr Spider-Männer. Sehr gut. Okay, die schießt echt schneller jetzt, ne? Ich brauche mehr Zeit. Sehr gut. Sehr gut. Wir sind uns alle heilig, dass das Ende aller Zeiten gekommen ist. Aber wenn... Ich höre lieber das genau an. Ich höre lieber das genau an. Sein verfluchtes Blut hält ihn am Leben. Er blutet Sand. Und sein Gelächter hat verspottet uns. Uns bleibt nur eine Möglichkeit. Wir werden seinen Kopf von seinem Körper trennen und ihn im Reich der Schatten verstecken. So. Brauchen wir noch das Schattenschluss in den fremden Tiefen. Das wollen wir uns auch noch eben schnell. Und dann haben wir den alten Soldat mal wieder zusammengebaut, nicht? Ach so, warte hier. Zack. Dankeschön. Alle, die schlafen gehen übrigens nochmal an dieser Stelle auch ein. Eine gute Nacht. Und einen guten Rutsch. Weil wir hören uns wahrscheinlich vor Silvester nicht mehr. Hä? Oh egal. Mach du das mal. Ich kümmere mich hier um die Brühe, nicht? So, komm, geh mal weiter hier. Mit Kleinigkeiten halten wir uns nicht auf. Alter, wie viele kommen aus diesem Loch bitte raus. Das Loch führt doch nach Klebe. Als hab ich auch mal Klebewitz gebracht. Hahaha. Ja. Ach, da ist ein Specialtyp dabei. Alles klar. Da ist ja gleich natürlich einiges. Ghost of... Wenn wir mal Ghost of Loneliness. Ghost of Loneliness. Danke dir und herzlich willkommen. Danke dir für deinen Zahn. Vielen Dank. Oh, warte mal drauf. Moment. Gold muss mitnehmen. Gold muss man mitnehmen. Das geht nicht anders. Hallo. Von Sivir. 79, Eurenchen. Dankeschön. Ach, ich will groben. Oh, warte immer noch. Das ballert, Bruder. Das ballert. Sonst können wir noch schneller retten. Oh, wie geil. Oh, hallo. Ich seh nichts mehr. Ich seh überhaupt nichts mehr. Lass heute bloß so aggressiv. Freunde, nicht so aggressiv, okay? Warte. Noch nicht bereit. Warte, ich bin mal kurz hier ruhig. Dankeschön. Ich muss kurz Mana aufladen hier. Hoi. Ich bin fest geworden. Nein. Nein. Fuck. Schön. Boah. Die haben ganz schön gedrückt gerade, ey. So. Guck mal hier. Schön mit doppeltem Schaden rein. Das ist wunderbar. Ich brauche mehr Zeit. Dies ist gut. Oh. Das hält uns aber doch einiges aus, als wo der doppelte Schaden weg ist. Au. Na komm, geht auf. Nein. Wow. Oh, was ist das für ein Schrein? Oh, die waren mit. Erfahrungsschrein. Sehr gerne gesehen. Okay, ich geh da drüben grad nochmal lang, nur um sicher zu gehen, dass da drüben nix ist. Nicht, dass es vielleicht heißt, ja Tobi, du hättest da oben hingemotst. Haha. Man kennt es ja. Die Verzauberin ist recht faszinierend. Hm. Wie soll alle die pennen gehen? Guten Rutsch euch allen. Und, äh, wir hören uns, oder wir sehen uns auf der anderen Seite, Freunde. Oh, warte. Doppelschaden nehme ich mit. Was? Oh. Ich bin nicht bereit. Rache ist süß. Sehr schön. Oh. Hallo. Ich glaub, die mögen die, wer mal ihre Truhen aufmacht, ne? Da haben die so eine gewisse Ableigung gegen, hab ich das Gefühl. Ja, der Schatz ist mir. Sie müssen früher und sagen, dass ihr nicht inheritance habt. Glaube nicht weiter ab. Heaven. Auch bitte. Ich bin jetzt Clβ deuxième weiter. grapes sage und denke, du FinalBuildern 92$ verraten. Z computeier多. Und dann. Man kann mir01 nicht mehr. Wir lassen. Oh, wow. Das ist neu. Zum Glück gehen hier halt keine Items kaputt. Puh. Und hier sind wir richtig. Ich hätte allen Menschen dazu verhelfen können Nephilim zu werden. Und ein goldenes Zeitalter einzuleiten. Aber meine Hohradrin Brüder kaufen die wahre Bestimmung der Mischheit nicht akzeptieren. Warte mal Solzhen, ich habe hier gerade echt Probleme. Ich werde festgehalten, Hilfe. Junge, 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 was ist das hier denn? Alter Vater. Alter. Na, das wäre so ein Special-Dude. Alles klar. Na, deshalb. Das ging fast alles, was wir tun, immun. Wollen wir mal. Na, also. Boah. Random European. Ähm, ja. Machen wir eine Schüttelpausen. Wir werden die Schattenschlösser mit Violen seines Blutes versehen. Ja, das geht ihr nicht mehr lang. Und wir werden das Blut in der Wüste verstecken. Unter ewiger Bewachung. Ich kann nur hoffen, dass die Welt Kult's Bösartigkeit nicht vergisst. Und dass ein Blut unangetastet unter den wehenden Sanden vergraben bleibt. Boah. Ne, geht ihr nicht mehr lang. Alles gut. Alles easy. Wir müssen jetzt gleich noch Belial töten und dann sind wir fertig. Für heute. Hehehe. So. Open dead thing. Im Reich der Schatten. Ach so, wir müssen jetzt noch hier hin. Ach, das hab ich ja ganz vergessen. Ja gut. Also, ne. Aber hier beeile ich mich jetzt ein bisschen. Weil das, das fand ich mit Abstand eigentlich am nervigsten an dem Akt hier. Und dann. Weil man auch gut ballern konnte. Aber trotzdem. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Sie waren niemals besonders Fantasievre. So. Und dem bisschen kann man sich halt leider nicht so wirklich beeilen. weil du musst halt genau gucken. Wo du hin musst. Aber diese Schattenvieher hier kann man halt extrem nice kaputt ballern. Oh. Was machst du denn da? Töte die doch. Moin. Okay. Geht's noch runter glaube ich, ne. Da hinten? Ja. Da geht's noch runter. Ja. Ja. Guck mal, wie man hier durch ballern kann. Alter, das ist so geil. Weil diese Schattenviecher halt echt total easy wegzuballern sind. Okay, ist da Kassel. Schade. Warte mal, wo können wir? Da oben können wir mal. Oh, es kommt dahinter auf uns zu. Guck mal hier. Hallo? Ist gar kein Problem. Guck mal, der ist auch. Nicht das Hunibett. Nein, 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 nein. Hunibett Nugget, das werde ich nicht vergessen. Das werde ich nicht. Na gut, ob ich das am Stream gleich mache, weiß ich noch nicht. Aber bis zum nächsten Stream haben wir auf jeden Fall ein schönes Hunibett Emote. Oh, wir sind schon da. Nice. Hallo? Spider-Man. Spider-Man. Wo kam das Ding gerade, ja? Ach, hier. So, was ist mit euch zwei hier? Loscht mich. So, Nummer eins. Oh, was ist das? Ich brauche das. So, Dankeschön. Wie wär's, wenn du einfach stirbst? Schwykt! Dies ist ein Ort der reinen Dunkelheit. Ich kann kaum atmen. Ich hab's mir aufgeschrieben. Ich werde mit Sicherheit daran denken. Let's go. Sein Geschwätz ist unerschöpflich. Es macht ihm Spaß, mich zu verhöhnen. Ich werde mich nicht provozieren lassen. Ich werde nicht nachgeben. Ich sehne mich nach Stille. Wenn ich seinen Kopf sicher verwahrt habe, werde ich sie bekommen. So, zurück im Terminus. Moinsen. Warte los. Ich habe Kuls Körper. Dann werde ich mit dem Ritual beginnen. Aber ich warne euch, Kull. Wagt es ja nicht, uns in den Rücken zu fallen. Ihr seid von Verrat umgeben, Mädchen. Ich bin die geringste eurer Sorgen. Konzentriert euch, Lea. Gleich, gleich. Nur noch ein bisschen. Wieso glaube ich, dass der uns gleich hintergeht? Verstörend. Nur einen Moment noch. Fast. Ja. Verstörend. Sehr verstörend. Mein Blut rauscht wieder durch meine Adern. Die stinkende Luft füllt wieder meine zerfetzten Lungen. Ich lebe. Gern geschehen. Vergesst nicht euren Teil der Abmachung, Kull. Gebt uns den Seelenstein. Nun gut. Die Abmachung gilt. Schnell. In mein Sanktum. Schnell. In die Betthöhle. Oh. Hi. Endlich kann ich mein Lebensfeld vollenden. Die ganze Schöpfung wird vor meiner Macht erzittern. Was ist das? Erle. Wie konnte das geschehen? Die Seelen der toten Herrscher der Hölle wurden in diesen Stein eingeschlossen. Gebt eure Suche auf, Nephalem. Eure Verbündeten wollen euch nur manipulieren. Mit der Macht, die ich euch bieten kann, könnten wir gemeinsam über die gesamte Schöpfung herrschen. Ihr seid wahnsinnig cool. Gebt mir den Stein, oder ich werde untermicht. Danke lieber mohawk963, danke dir für deine Operation. Vielen, vielen Dank. Leute, das ist jetzt aber nicht nötig, dass ihr mich so annehmen müsstet, ja? Wir haben auf jeden Fall Bock. Die einen Wächter haben wir gleich down. Komm, 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 ja mal. Der nächste Wächter ist down. Und jetzt kommst du dran, Baby. Oh mein Gott, der war ganz schön dort aus, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nei, bitte? Ich binox'. Oh mein Gott. Ich bin dummes. Ach so. Vielleicht sind's da. Wenn ihr mocks. Ah, wir haben ihn ja schon. Ne, wir haben sich da ein paar Shurikans hinterher. Arsch. Oh, die Ballsäck war sehr gewachsen. Das Zauber wurde ausgelöst. Danke. Wie es scheint, sind meine Brüder endlich hier, um mich zu holen. Verdammt sollen sie sein. Ich bin noch nicht so weit. Zu viel meiner Macht musste ich für die Erschaffung des Steins aufwenden. Ich muss ihn fertigstellen. Die Zukunft der Menschheit hängt davon ab. Mimimimi, Mimimi, Mimimi. Mimimi, Mimimi, Mimimi. In diesem Stein sind nun fünf Herrscher der Hölle gefangen. Das ist euer Werk, Adria. Vor 20 Jahren, während der Finsternis in Tristram, hat mir Cain von Soltun Kulls gottlosem Seelenstein erzählt. Deshalb hast du mich also verlassen, um die Seelen der Dämonen zu markieren, damit sie in Kulls Gefäß gezogen werden konnten. Ja, meine Tochter. Dafür habe ich alles geopfert. Ehrenmann. Richtiger Ehrenmann. So, sprecht mit Adrien im versteckten Lager dahin. Begeben wir uns das direkt mal. Und ich glaube, wir machen dann auch gleich wie heute Feierabend. Ich glaube, das machen wir gleich. Wie kommen wir denn? Wo kommen wir denn? Warte mal. Ach komm, wir machen dann mal ein Portal auf. Oder wollen wir Belial noch mitnehmen? Ich weiß es nicht. Ah, was ist denn jetzt los? Mohawk, Alter. Mohawk, du Verrückte. Was geht mit dir? Alter. Was ist mit dir denn los? Mohawk rastet vollkommen aus. Warte mal. Sir Bennington. Taz, warte mal. Tasmania und Tour. Eagle Warrior. Honigmaus. Boom. Baron von Wurst. Latril. Marlinje. Hitzelfitzel. Und Kai Cage. Oh. So.